Ein Team. Ich spiel mit Maio Pavango und mit dem Knüppelbassel zusammen. Lass den einem Follower da. Ein bisschen Support und Liebe streuen. Ein Turnier. Let's go, jetzt geht's los. Ein Spiel. Zwei Spieler hier. Drei Spieler. Bruder, ich bin Maschine! Maia präsentiert Escape from Tarkov Twitch Rivals Edition Ich wünsche euch mal viel Glück, ne? Ja. Ganz meinerseits. Bruder mein, der hat instant nachgeladen. What the fuck habt ihr das gesehen? Ich habe gerade gereloadet und die Animation hat 0,2 Sekunden gedauert oder sowas. Weißt du, wie vorgespult sah das aus? Ich habe auch gerade nachgeladen. Ich habe mich vielleicht erschrocken. Ist das bei dir auch so? Ja. Das ist, weil die alle Skills auf 15 gemacht haben. Ah, die haben auch den Reload Skill auf 15 gemacht. Ja, ja, ja. Ja, okay. Und den gibt es halt noch gar nicht. Ja. Starker as the Raid. Mega gut starker as the Raid, Alter. Der war richtig gut, Alter. Der war richtig, richtig gut. Der war richtig gut. Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Das ist ja nehmisch. Ich hab das MP5 Magazin Sauber, Alter Dann bau das Ding gleich Versuch mir jetzt eben Bleeding zu holen Ja, hab auch Bleeding Machst du die Bleeding-Quest? Jo Nur noch mehr Leakel Dann haben wir da die Nee, scheiße Wir brauchen Golden ATT auch noch Shit Ja, sag uns denn Das hast du schon gemacht gehabt, ne? Ja, hab ich schon Wir sind aktuell der Erste Jawohl Jetzt schon wieder auf Jawohl Let's fucking go Bin am Extracken Da baue ich die MP5 Wo ist der Archie bald jetzt hin, Alter? Ich hab die TT Oh, nice Nice Ja, nice Nice, nice, nice Gang ist clear Ja, da kommt was Längst kommt was Längst kommt was Nix gesehen Was, nix gesehen Der, 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 der Ja, er macht die Tür auf gerade Ich muss herkommen Achtung, Achtung Er kommt Jetzt da Okay, ich hab, ich hab auch reingeschaut Ich Idiot Hilf mir Ich sehe ja nix Hast du ihn? Ah, ne Nein Er hat mich gewollt Leute, könnt ihr euch beruhigen Es ist Delay drin Vergesst das doch bitte nicht Ich hab den Milikill, ich hab den Milikill, ich hab den Milikill Nice Sehr nice Hahaha Scheiße, die braucht das Doctex ja auch, die Doctex ja auch von den Spielern Ich hab den Oben bewegt sich was. Noch eine Stunde und 45 haben wir. Ah, ich sehe. Ja, ich sehe. Ich fühle mich mal, ey. Alter, hier gibt es keinen. Ich habe den Mastash, ich habe den Mastash. Egal, egal. Ich bin zwar direkt danach gestorben, aber ich hatte den Mastash in der Dings, im Inventar. Ja, das ist egal. Du musst ihn ja zählen. Wenn es halt nicht zählt, aber müsste zählen, ja. Wie lange haben wir noch Zeit? 1.20 Uhr. Achso, ja, dann crafte ich mal unser Leben aus dem Highdown. Zwei Raider mit einer Granate töten. Let's try, I guess. Good luck to me. Ich habe zu viel FPS. Ich glaube, Glukar ist nicht am Leben. Mein FPS nachzuurteilen ist noch nicht am Leben. Warte, ich muss Golden Star benutzen. Ihr werdet absolut shitty Build haben, aber ihr könnt das bestimmt verstehen. Da bin ich mir sicher. Digga, ich brauche diesen Skill. Ich brauche diesen Reload-Skill. Das ist einfach nur krank geil. Digga, so nachladen will ich das immer. Einfach so richtig Hardcore durchziehen. Einfach so... Schnell, lass meinen Schatten. H ... H ... H H ... . . Getsch it on Nord. Gönnheitscaves, Game. Komm, man spawnt die nächste Welle, Alter. Die müsst ihr jetzt gleich spawnen. Das müsste die letzte Welle sein für die Map. Okay, ich brauche noch sieben Scaves. Wie lange haben wir noch Zeit? 38 Minuten noch. Die Maschine. Das ist auf jeden Fall noch ein Spieler hier. Hier ist auf jeden Fall noch ein Spieler. Aber GGs, Jungs, Alter. Ich bin super zufrieden, Mann. Ich bin super zufrieden. Leute, GG, Mann. GG, GG, GG. Danke für den Support, Leute. Ja, Mann. Zweiter, Jungs. Zweiter. Zweiter? Zweiter. Ganz knapp, ey. Absolut krank, Leute. Sehr geil. Die fucking Gs, Mann. Zweiter nur. Es war mir eine Ehre, Alter. Es war sehr nice. Es war mir eine Ehre. Eigentlich haben wir, in meinem Herzen haben wir gewonnen, wenn wir die meisten Bingoes haben. Ja, das verstehe ich. Wir kriegen doch, also letztes Mal war es so, dass die Leute, die mit den mehr Bingoes halt nochmal extra was irgendwie kriegen. Haben wir ja bekommen, ne? Wir haben ja Platz 1 für die meisten Bingoes bekommen. Ja. Ey, irgendwo sind wir Platz 1. Wuhu. Und ich gehe jetzt VOW-leveln, Alter. Wisst ihr Bescheid. Leute, mega vielen Dank und nochmal, ciao Kakao. Danke dafür. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Danke dafür. Wenn your bones become frail, life is stagnant and stale, but don't throw it away, you'll miss it. How else turn to days, memories tick away, creating lights upon your face, try and hide.